Vipatthanasana ist die Bezeichnung einer ganzen Gruppe von Asanas, bei denen die Beine gedehnt sind. Tana heißt Dehnen und Vipatth bezieht sich auf die Beine. Vipatthanasana ist die weite Dehnung der Beine. Im Yoga gibt es viele Übungen, wo die Beine gedehnt sind, zum Beispiel die Vorwärtsbeuge. Du nimmst die Beine und streckst sie aus und beugst dich über die Beine. Das ist Paschimottanasana. Es gibt die einbeinige Vorwärtsbeuge, Janu Shirasana genannt oder auch Ardha Paschimottanasana. Und dann gibt es das Gleiche auch noch in der Rückenlage. Du kannst auf dem Rücken liegend ein Bein oder beide Beine zu dir hinziehen. Und es gibt sie auch im Stehen, wo du im Stehen dich nach vorne beugst. Samuel wird einfach ein paar solcher Variationen üben, wo die Beine gedehnt sind, im Liegen sitzen und stehen, während ich ein paar Worte sagen zur Bedeutung dieser Gruppe von Asanas. Vipatanasana sind also Übungen, die besonders die Beine dehnen, vor allem die Rückseite der Beine dehnen. Und in der Rückseite der Beine sind viele Nadis, Energiekanäle. Dort sind auch mehrere Marmas, Energiefelder. Auch die chinesische Akupunktur spricht davon, dass viele der Meridianen in der Rückseite der Beine besonders präsent sind. Durch das Nach-Vorne-Beugen werden diese Nadis stimuliert. Es werden die Akupunkturpunkte geöffnet. Die Energiefelder der Marmas können fließen. Und wenn auf diese Weise die Rückseite der Beine aktiviert ist, durch das Dehnen, kann die Energie auch durch die Wirbelsäule nach vorne steigen. Vipatanasana ist letztlich ein Teil von Dehnungen der Rückseite des Körpers. Paschimotanasana bedeutet ja allgemein die Dehnung der Rückseite des Körpers. Und Vipatanasana ist letztlich nur die Dehnung der Beine. Alle Variationen mit Dehnungen findest du auf unseren Internetseiten yoga-vidya.de wie auch in der Yoga-Vidya-App. Vipatanasana ist letztlich eine der Gruppen von Asanas. Es gibt eben die Beindehnungen nach vorne, es gibt auch die Beindehnungen nach hinten, es gibt die Drehungen und es gibt die Seitbeugen, es gibt Umkehrstellungen, Gleichgewichtsübungen und vieles mehr. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.